So liebe Leute, jetzt geht's rund. Heute werde ich mal das Gefühl der Schwerelosigkeit testen und dabei hier vom Flughafen Dresden aus mit einem Ultraleichtflugzeug einen sogenannten Parabelflug starten. Ich weiß selber nicht, was mich erwartet. Ich geh mal rein. Jetzt wird's ernst. Der Guido wird mich mitnehmen. Und was erwartet uns? Ja, wir machen einen schönen Parabelflug hier über der Landeshauptstadt. Ich denke mal, er wird richtig Spaß haben dabei, gerade wenn man das noch nicht gemacht hat. Ja, da sind wir wieder. Die Beine sind sehr flau. Mir ist auch etwas flau im Bauch, aber hat super Spaß gemacht und wir sind heile wieder unten angekommen. Vielen Dank, Guido.